Hallo und Willkommen zurück zu Twine 4. Ja. Das haben wir schon gehört. Ja. Wir brauchen Wasser. Ich liebe Gärtnern. Warum kommt das jetzt wieder als Satorium, was wir vergessen haben sollten oder was? Ah, Yorah. Das sieht doch gut aus. Was? wir wollen da nach unten kannst du das nicht weg machen ich glaube nicht, was man da oben ja, ich kann da was dranhängen ja, weil die Dinger sonst im scheiß Weg sind kannst du mir das nicht geben ja, okay, ich halte es einfach hoch ist da angepflanzen? ich bin mir unsicher, welcher Gegner habe ich die roten sind überhaupt nicht so stark hast du das teil kaputt? au was? da war, warte mal, da war doch gerade gar keiner haben die eine Art Teleport Ability oder sowas einfach nur ein roter Schimmer und dann stand der da ja, und vor allem, er hat mich halt als Schimmer schon angegangen oder zumindest kam es mir so vor aber das kann auch Fehler sein okay, ich habe eine Idee, was ich mache da hat ja jemand wirklich schräge Träume oh, bitte helft mir doch die grässlichen Kreaturen sind in meinen Garten gestürmt und verwüsten alles wenn ihr die Samen meiner geliebten Blumen rettet könnte ich sie wieder aussäen warum nicht? wir werden ohnehin auf sie stoßen wenn wir unseren verschwundenen Prinzen suchen oh, vielen Dank in Ordnung, NPC wir helfen dir was für mächtige Magie es soll nicht fast genauso leid sein wie sie Musik jetzt gehen wir noch weiter rüber das ist ganz schön bouncy, das Wasser das ist nicht realistisch naja, das ist halt, keine Ahnung, Gelwasser achso, das Inn ist optional Bälle scheinen gerade schwer in Mode zu sein ah, cool, Globus Sammlung, Kleinkram Globus Kugel oh, Dash machen, machen die ja, genau die machen einen Dash einen Mad Dash warte mal, wo bist du aktuell? Alter, teleportierst du dich durch die Gegend? oh mein Gott, Hilfe! du teleportierst dich mehr als die, was zu? oh mein Gott, Alter, warum müssten denn noch mal welche spawnen? immer zwei Wellen, irgendwie ja, aber ich dachte, die warten erst mal ich habe geschlagen sofort, als er da war ja, du hast den heute, du, du, wenn dir den roten Dash macht, dann hat er den ersten Schlag kannst du da nicht schneller sein ich habe die ganze Zeit zwei gedrückt und wollte Pfeile schießen und es hat einfach nicht funktioniert naja, du warst ja auch nicht der Charakter, ey ja, eben, ich habe zwei gedrückt, weil ich das so ja wollte, bis ich begrümmen habe, dass du sie gerade benutzt und dann war sie tot aber es ist in Ordnung ja, weil ich das, wo ist denn das überhaupt hin? weil ich das Gefäß zerstören wollte wo ist das Gefäße? ich sehe eigentlich hier, ich sehe es gar nicht mehr ah, da kommt sie runter pass auf Wolfgang, pass auf du schießt wieder runter zu dir ach, Gott Alla irgendwie hier raus irgendwie hier raus hier hältst du mir die Schüsse auf du kannst hier aber richtig einigern oh heraufhändig früher oh endlich Dennis, Pontius kann schweben ach so, warte Traumschild war was anderes das war, dass man ein Schild irgendwo hallo funktioniert doch also ich muss so hier haben wir jetzt ein Reflektorschild falls wir irgendwo ja ok cool ja, was hast du vor? was ist hier unten? versteh dich nicht bitte verstehst du mich nicht na nu ich habe ganz fest an meinen Schild gedacht und plötzlich habe ich noch einen wie interessant das muss eine Nebenwirkung dieser wilden Traummagie sein die durch den Wald flutet aber das ging doch früher auch obwohl ich weiß nicht ob das Ding früher Wasser effektiert hat Moment mal sind wir im Dachsbau nicht bösen Igeln begegnet? meinst du, wir pflücken vielleicht Blumen des Bösen? ach nur weil der Dachs von bösen Igeln träumt heißt das nicht, dass alle Igeln böse sind der Winkel ist nicht aus genau, danke auch bitte ein scherp 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 sie scherp Elizack scherp schon scherp 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 r Oh, das ist ja so. Achso, ja, das ergibt Sinn. Wir sollen sie ja benutzen. Drück sie mal zu mir. Ah, ZDF. Ich bin sehr verwehrt, ja, inwieweit denn? Ja, genau so, und jetzt kannst du zwei Kisten drauf machen, sodass wir eine Treppe haben. Eine links und eine von oben. Ja, so habe ich es nicht gemeint, so kommen wir ja den... Äh, okay, warte, wir haben ja einen Dash. Ja, wir haben beide einen Dash. Okay. Ich brauche deine Hilfe. Scheinbar. Ich glaube, eine reicht irgendwie nicht. Aber die Sache ist ja, du musst es ja... Du brauchst irgendwie dein Shield zweimal quasi, denke ich mal. Kannst du mir noch eine Kiste geben? Okay. Perfekt, danke. Okay, jetzt weg damit. Ja, ich kann im Springen das Teil nicht setzen, ich muss dafür stehen, deswegen... Achso, okay. Ich dachte, ich war weiter rechts, aber gut. Ich glaube, ich glaube, ich habe es ja bis runter geschoben. Jetzt können wir nicht mehr da runter. Wenn da unten was war. Das wäre ja unten was wahr. Ja. Oh shit. Was? Ich meine, ich bin ja gehüpft nach dem zweiten Treffer und dann bin ich trotzdem verreckt. Ich schweb etwas ungünstig. Ich sehe schon. Bail sie mit Bouncing Goals. Oh mein Gott, du lebst. Okay, ich weiß nicht, warum du lebst und ich nicht. Das wird dich umbringen. Dann bringt dich eben das um. Nein. Scheiße. Der scheiß Wolf nicht verreckt ist. Wir brauchen den High Ground. Okay, jetzt klettern wir da. Okay, klettern wir nicht da hoch. Oh, wovon redest du? Ich sehe einen schwarzen Bildschirm. Ah, du hast die Brücke schon. Alter, der gibt ihm doch ein Schild, oder? Ich töte mal diesen Gast. Also mach dagegen, dass es ein Connect ist. Oder das ist quasi... Oh mein Gott, ich werde mich jetzt fast selber auch checken. Das war doch jetzt nicht so schwer. Gut gemacht. Tja, wir klatschen wollen bei Leicht zu finden. Zwei Blumen fehlen noch. Wo bist du? Ist da was? Ach so, da geht's rein. Jetzt sind wir da runter. Das ergibt Sinn. Da stirbt man. Das habe ich vermutet. Gut, dass du sie erst so gemacht hast, dass ich noch nicht mehr dran war. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich bring dich auf. Ne, hast du nicht. Oh, jetzt hängt es da fest. Oh, warte, ich muss auf den Bouncen. Das macht er nicht weg. Wir haben hier Wasser, wo müssen Sie das hin? Ja, zu dir. Oh mein Gott, okay. Ich muss auf so einem Ding stehen, damit ich mein Schild aktivieren kann. Okay, das reicht das. Ich bin mir nicht sicher. Okay, weißt du was? Ja, mach die Bouncen jetzt von dem Timer aus. Das geht, glaube ich, nicht hoch genug. Ja, aber jetzt können wir das Schild besser platzieren. Weiter oben, wenn du mir irgendwie Gisten gibst. Ach so, ich soll dir den ganzen Stapel hinstellen, okay. Ja, und das Ganze jetzt weiter links. Ach so, ist das da unten alles? Ach so, das ist alles eingefroren. Okay, das muss jetzt dann reichen. Also, ich gebe dir nochmal Kisten. Ja. Ja, passt. Bisschen nach links. Noch ein bisschen. Okay, wir haben gewonnen. Aber ich erkenne da nicht mal, dass das eine Pflanze ist. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Hast du echt nicht... Also, ich spiele auf 2K. Ja, ich müsste... Ja, keine Ahnung, das ist einfach nur Gras. Ach so. Ja, sieh mal hier die Ansicht von da oben. Da sieht man es nicht so gut, oder? Ja, ja. Spring du runter, ich mache was anderes. Ich bin mir unsicher von, was der da ist. Jetzt! Ach so, wir sind da... Ist da wie hoch? Ich meine, ist da denn was? Kann ich eine... Ne, die steht nicht da drauf, oder? Ach doch, die kann schon da drauf stehen. Stürbst du? Mein Gott, Alter, dreht dich doch nicht so viel. Ich sehe nichts, ich sehe den nächsten Bereich, weil die Kamera will nicht so... Warum dreht sich das eigentlich so viel, jetzt? Dreh dich doch nicht so viel, ich bleib doch still. Wie wäre es denn, du Plattform benutzt? Weißt du, Plattform? Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung, vielleicht geht es da auch nicht hoch? Wahrscheinlich nicht. Bringst du uns die Blumen her? Ja. Okay. Und jetzt soll ich auf der Blume Sachen bauen? Was ist da unten? Ja, ich glaube auch, dass wir da eigentlich lang wollen. Ach schon, ich bin da. Ja, stimmt, das schaut auch so aus, wie es wäre da was. Ah. Ah, schon, okay. Und jetzt? Kann man das aufziehen? Kommen wir nicht mehr zurück. Kann ich das aufziehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das aufziehen kann. Das war wirklich nur der Hinziker. Oh mein Gott, ich darf was skillen bei Pontius. Froststampfer. Ja. Aufgeladener Traumschild. Okay, also ich brauche drei Punkte für den letzten Wurf. Und da ich vier habe, habe ich die drei Punkte. Also darf ich einen Punkt irgendwo anders hinskillen? Und das ist ein aufgeladener Traumschild. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist die Rolle für Soja am besten. Okay, habe ich gekauft. Ach was. Da kommt ja gar nichts runter, wo es sonder ist. Aber hier sind Sachen. Okay. Muss ich auch darüber? Denke nicht. Nein, ich kann es glaube ich sogar. Ach ja, nicht ganz. Vielleicht von dem Block. Da müssen wir rein. Wir wollen natürlich auch hier hoch. Ja, das wäre gut, Wind. Das ist doch voll dumm. Ich will es einfach ein bisschen mehr ansparen, aber es geht gar nicht. Ja, ich warte. So wolltest du es haben. Ich weiß nicht, warum ich dann besser findest du. Ja. Das wird doch nichts sein. Ach du Scheiße. Nein, ich habe gerade wechseln wollen. Fuck. Das ist der Bastard. Wo stehe ich? Ach, ich ja. Irgendwo, ja. Äh, bau dich einfach zu. Einfach sagt er, aber die Typen ignorieren das. Ich, ich, ich lad mal so ein Blitzschild irgendwo. Wollte ich, hätte ich gerne getestet. Du lebst, du lebst. Aber ich lebe nicht mehr. Und ich roll, scheinbar nicht ganz so. Oh mein Gott. Ja, schieß drauf. Ah, okay. Man sollte, bevor man stirbt, einfach wechseln, weil der andere mag da wieder ein volles Leben hat. Irgendwann. Pass auf, das liegt ja schon vor. Da bist du. Wo kommen mal die bösen Dachse her? Das müssen die Albträume des Igels sein. Ich schätze, der Dachs und der Igel können sich nicht besonders leiden. Der böse Dachs war auch. Boah. Wie bist denn jetzt da durchgekommen, bitte? Oh Gott. Also irgendwie habe ich ein Gefühl, dass man hier hoch... Erstmal der Hauchen. Hoche. Ich habe uns was gefunden. Ja, warte, ich helfe dir. Spring. Ich weiß echt nicht, ob das ein Tenner ist. Sehr wahrscheinlich nicht. Warte mal. Ähm. Ja, okay, mache ich es selber. Wieso reicht die Blume nicht? Du verstehen? Aber das Licht ging durch die Kisten, du. Äh, nicht bei mir. Ach so. Ja, und das, das da, was du gerade gemacht hast, das war vorhin meine Idee in dem anderen Raum. Nur um den Steinklotz herum statt. Ja, bei dem anderen ging es ja nicht so wirklich. Da war irgendwie voll kein Platz. Also was. Kein Platz. Naja, es ist einfach, das Seil ist durch den Scheiß Stein gegangen. Das kostet mich immer noch an. Ja, das war ja, das war ja auch nicht, also das ist ja hier eindeutig etwas, was dafür gedacht ist. Aber da kam mir nicht so drauf, jetzt wäre das dafür gedacht gewesen. So, mein Gott, Alter, wie weit bist du schon wieder weggelaufen? Ist da unten was? Welches da unten? Ja, klar, hier geht's weiter. Nein, ich meine beim Tod. Ha. Okay, Dennis. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Gib mir, gib mir einen Kasten. Das muss, okay. Ich muss dir ja fast schon mehrere Kästen geben, oder nicht? Oder, ach so. Jetzt verstehe ich, was du von mir möchtest. Okay. Ficke ich das Licht irgendwie? Äh, na gut. Es ist aber nicht schlimm eigentlich, weil du kannst ja ein zweites Schild in der Theorie, ähm, okay. Ja, das ist ja das Schild. Das da links unten ist ja bereits das Schild von Pontius. Du hast mich nicht verstanden. Mach mal das Ding nochmal fest. Ich hätte es ja gemacht, aber es wollte... Oh mein Gott, ich wollte es dieser Bullshit. Okay. Ja, es reicht, perfekt. Okay, jetzt haben wir die richtige Höhe. Ich meine halt, dass du hier das Schild machst und dann gehst du da unten hin und machst da unten dein normales Schild. So gut, wäre auch möglich, ja. Mehr Samen für unsere Sammlung. Das muss die weiße Midsommarhose sein. Hübsch. Aber nicht so hübsch wie Diamanten. Steckst du was an? Ich hol mal das Ding da unten. Sure, ich steck was rein. Fehlt noch was. Das hältst auf jeden Fall da fest. Okay, sure, ich... Danke. ... steck dir auch was rein. Hier wird viel gesteckt. Wie ist denn, man kommt da hoch? Was ist die ist denn da? Keine Ahnung, so mehr oder weniger ein Vorsprung. Ach, ich glaube nicht. Ja, hm. Wenn die umfallen, wird es ein bisschen schwer. Obwohl das hier ziemlich weit nach oben geschoben werden kann. Ah! Geh auf mein Schild, Amadeus. Da ist echt was. Unpassbar. Ich glaube, die ist magisch. Aber wie benutzt man sie? Birken im Bonquette. Okay. Vermutlich Teil irgendeines Kobold-Rituals. Äh, okay, sure. Meinst du, man kommt da noch höher? Nein. Aber ich brauche jetzt etwas von dir. Was tust du denn? Au! Ja, mir weh. Legg uns hier mal eine Kiste vor die Füße, bitte. Okay, hier. Na gut, dann kommst du halt nicht mit. Ich wollte schon, dass du dir einsam bist. Ja, ich wollte dir eigentlich ein waagerechtes Seil sparen. Ach was? So schlangen. Okay, jetzt check ich. Ich komme trotzdem nicht hoch genug. Okay, passt. Und fight! Ja, okay, da kommt man wahrscheinlich nicht hoch. Ah! Ja, du hast recht. Ach cool, perfekt. Danke, dass du dich abgeschossen hast. Oh shit. Irgendwie will der nicht schießen? Verstärkung. Pass auf, der darfst du dir. Ja, viel Spaß, das zu machen, wenn du eingefroren bist. Ja, festgehalten, ja. Vielleicht da rein? Na, klar. Wasser, kann man tauchen? Ah, endlich. Spitzhack. Gehen wir quasi wieder an den Ausgang da? Die Blume will Licht. Ich glaube eher, die will Wasser. Die Blume will Wasser. Ach du Scheiße. Okay, passt. Oh, ach so. Dann. Wie komme ich jetzt weiter nach rechts? Ja, hm. Wahrscheinlich müssen wir die Blume immer einsparen. Ich werde das Schild weiter rechts brauchen. Oder. Du können. Oh, scheiße. Egal, es reicht schon, oder? Warte. Ja, jetzt schon. War das Schild doch nicht so falsch. Ja, hast du dir vielleicht einen besseren Winkel gegeben? Aber, ja. Ja, aber, das hat funktioniert, aber war schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du dir dabei gedacht hast. Ah. Perfekt, du hast das. Das Schein, da habe ich es rausgespuckt. Also, das andere oben hast du auch, oder? Dann gehe ich schon mal runter. Okay, keine Ahnung. Ich dachte, du wirst hochspringen. Okay, ich muss oben ein Schild platzieren. Ja, im Endeffekt schon. Habe ich auch sofort richtig schnell. Die letzte Blume. Die orange Trollkugel. Trollkugel? Die Blume sieht gar nicht aus wie ein Troll. Sind Trollkugeln auch giftig? Oh, da ist doch noch was höher, oder? Hast du noch was höher? Nicht? Aber okay, wenn die Kamera nicht hochgeht, dann wird das schon nichts sein. Hast du was gefunden? Nein. Als du runter wolltest, da wird es jetzt zu spät. Ja, das finde ich nicht nett von dir. Oh, hallo. Wir haben keine G-Man, es fehlt schon wieder was. Zu gütig. Ich kann euch nicht genug danken. Wenn ihr den Albtraumprinzen sucht, ich glaube, er ist unterwegs zu den Seen des Nordens. Jetzt hat der Typ schon einen Titel. Weiß doch keiner, dass es von... Die Blume eines Igels unter, was haben wir noch vergessen und was? Und wie viel? Die Blume des Prinzen herrn, die Blume des Prinzes war. Der Prinz war weit und breit nicht zu sehen. Doch sein Einfluss im Wald war gründlich zu spüren. Wohin auch immer unsere Helden den Prinzen verfolgten, erwachten die Albträume der Waldbewohner zum Leben. Ah, ja. Ja, wir haben den Brief nicht gefunden. Ah. Also nicht nur, dass uns fehlen auch acht von diesen Dingern, diesen Punkt hier. Aber ich hoffe, dass das beieinander ist. Okay, die Helden haben die Verfolgung des Albtraumprinzen wieder auf. Oh, Nanu. Ich habe ganz fest an meinen Schild gedacht. Und plötzlich habe ich noch einen. Wie interessant. Das muss eine Nebenwirkung dieser wilden Traummagie sein, die durch den Wald flutet. Ja, wir müssen hier einfach nur darauf. Moment mal. Sind wir im Dachsbau nicht bösen Igeln begegnen? Meinst du, wir pflücken vielleicht Blumen des Bösen? Ach, nur weil der Dachs von bösen Igeln träumt, heißt das nicht, dass alle Igeln böse sind. Das kann aber eigentlich nicht sein. Das muss eigentlich schon im nächsten Gebiet sein. Wir haben, glaube ich, nur eins gesammelt. Und den neuen, der hat sich hier fehlen, wenn ich das richtig kapiere darf. Ja. Ist halt da auch weit da oben. Ja, ist denn hier noch eine Blume, die man irgendwie... Du meinst, ist eine versteckte Blume? Eine versteckte Blume, eine secret Blume? Ich sehe keine. Aber da oben ist, glaube ich, irgendwas. Vielleicht muss ich hier hochgehen. Okay, ähm, sag mir, wenn du mich brauchst, du bist auf laut. Ich hab's gefunden, soweit ich das sehe. Oh, das geht. Gut. Muss ich mitkommen, oder nicht? Ja, hier ist ein Gang, wo die Blume war. Okay, machen wir erstmal dich. Okay, dann sammle ich halt ein. Okay. Das waren alle von denen, aber ich will den Brief noch lesen. Ich wollte sie abgaben. Also, ich weiß ja nicht, wer Eule ist, aber gut. Sammlungen, da ist der Brief. Von Eule. Hä, was heißt denn der bei mir? Ah, okay. Ah ja, jetzt sieht man es auch schwer. Wie war denn, sag ich so, dass wir uns im Moment spieler haben. Okay. Ich. Okay, dann denke ich mal zurück zur Kader. Aber ich glaube, das müsste ja alles gewesen sein. Da war ja jetzt gerade das Teil, das wir alles hatten. Gut, dann würde ich sagen, bewerten nicht vergessen. Wir machen im nächsten Part weiter. Ciao. Tschüss.